So, hello Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Channel, kurz vorm Check, nicht schlecht. Heute mal um das Thema gehen, wenn ihr mit Fitness anfangen wollt, wie fange ich dann am besten an? Welchen Grundgedanken fasse ich denn überhaupt, bevor ich anfange? Erstmal muss ich mir überlegen, was möchte ich denn erreichen? Das heißt, ich fange vielleicht erst mal an und überlege, was gibt es denn für Sportlertypen? Da habe ich euch mal ein bisschen was zusammengestellt. Welche Sportlertypen gibt es? Gibt es erstmal den Jogger. Ich nenne ihn einfach den Jogger. Das ist ein Typ, der macht allgemein nicht so viel Sport. Der joggt vielleicht zweimal die Woche, geht er zum Joggen einfach, um ein bisschen fit zu bleiben, um ein bisschen dabei zu bleiben. Joggt er einmal die Woche oder zweimal die Woche, ist er vier Kilometer, ja? Ja? Und ist dann nicht stolz auf sich, ja? Das ist der Jogger. Vielleicht macht er das dann irgendwann so, dass er dann Marathon mal läuft oder so. Ja? Aber in der Regel, dieser Mensch nur zum Joggen. Ja? Vielleicht zwischendurch, wenn er mal auf den grünen Zweig kommt mit Ernährung und so, geht er vielleicht mal ins Fitnessstudio und macht so Ganzkörpersachen. Aber sonst ist dieser Mensch nicht sonderlich muskulös, er ist nicht sonderlich abgemagert, hat ein gutes, eine gute Grundfitness, ja? Ähm, und macht hier und da Sport, ja? Dann geht es weiter. Dann gibt es den Athleten, ja? Das ist, oder Leichtathlet, ja? Da gibt es dann verschiedene Kategorien. Welcher Athlet ist man denn, ja? Athlet ist man dann, wenn man denn, wenn man überhaupt einen athletischen Sport betreibt. Sprint, Sprung, Wurf, ja? Solche Sachen. Oder Schwimmen, ja? Dann ist man ein Athlet, ja? Dann ist man in einem Verein oder nicht, wo man verfolgt ein gewisses Ziel. Und auf das arbeitet man hin, ja? Das heißt, man geht zum Training, man geht sprinten, man springt, man macht Schwimmtraining, ja? Zweimal die Woche oder so. Und macht aber einmal die Woche wirklich auch nochmal eine intensive Gym Session oder hier und da mal ein Gewichttraining, ja? Das heißt, diese Menschen, die sind, wenn sie Profis sind, haben eine richtig gute Grundkörperfitness, richtig gute Muskulatur, wenn sie so Hobbymäßig machen, auch relativ gut, ja? Das heißt, diese Leute, die haben schon etwas viel höheres Fitnesslevel, achten auf die Ernährung und haben ständig diesen Drang, besser zu werden, ja? Das heißt, die machen das nicht nur für sich, die wollen mit anderen Leuten sich vergleichen und so, ja? So, dann geht es zum Disco-Pumper, ja? Was ist der Disco-Pumper? Jeder hat das Wort bestimmt schon mal gehört, ja? Das sind die Leute, die, um in der Disco einen dicken Arm am Start zu haben, vielleicht zweimal die Woche ins Fitnessstudio gehen. Was machen die da? Die machen vier Sätze Bankdrücken, vier Sätze Bizeps und zwei Trizeps, ja? Und das zweimal in der Woche und am Montag und Mittwoch, ja? Und am Freitag, am Samstag in der Disco, da geht es los, ja? Diese Leute achten auch nicht besonders auf ihre Ernährung, ja? Die pfeifen sich halt hier und da schon Fastfood rein und so Sachen, ja? Die sind auch von der Grundfitness her nicht ganz so gut, ja? Die, ich meine, die machen was, die bewegen vielleicht irgendwann auch viel Gewicht, aber so richtig definiert, so einen richtigen guten Fitnesskörper kriegen, die dadurch nicht, ja? Die wollen einfach nur massiv aussehen, um in der Disco nicht blöd angelabert zu werden, ja? Dann gibt es die Strandpumper. Das ist dann ähnlich wie der Disco-Pumper. Die Leute, die im Winter, da sind die dann so am Rumlallen, ja? Die saufen, die essen auch Fastfood, ja? Das ist denen dann gar nicht so wichtig, ja? Aber wenn es dann auf den Sommer zugeht, wenn es dann an den Strand geht, dann sind die Leute plötzlich wieder einigermaßen gut dabei. Da geht es dann im Mai los oder im April, da geht man dann ins Fitnessstudio, ja? Vielleicht eine halbe Stunde, dreimal die Woche und da wird dann ein bisschen Bauch trainiert, ein bisschen Joggen gegangen und ein bisschen hier Zeug gemacht, ja? Um am Strand einfach nicht fett zu sein, sondern, sag ich mal, einen relativ flachen Bauch zu haben, vielleicht ein bisschen Grundmuskulatur, im Prinzip aber auch recht schmale Figuren, ja? Meistens wollen halt einfach nur, sag ich mal, am Strand nicht ganz so schlecht rüberkommen, ja? Das haben auch ein einigermaßen gutes Fitnesslevel, kann man viel drauf aufbauen. Das sind auch wieder so Zwecksachen, ja? Dann geht es weiter, ja? Der Kraftsportler oder der Fitnessfreak, ja? Oder sag ich jetzt mal, ja? Das sind dann Leute, die gehen dreimal, viermal in der Woche ins Fitnessstudio und machen Kraftsport, ja? Das heißt, die machen intensiven Kraftsport, die gehen her, machen viele Grundübungen, ja? Und diese Leute, die haben dann teilweise auch einen richtig guten Körper, ja? Und gibt es halt auch wieder verschiedene Typen, aber meistens sind es auch wieder ähnliche Leute, die haben eine gute Fitness, ja? Die haben auch einen guten Körper, aber die sind vielleicht hier und da nicht ganz so ambitioniert, die sind gut. Da ordne ich mich auch so ein bisschen mit ein. Also ich mache das schon regelmäßig, auch mit hoher Intensität, Gewichtssteigerung, Ernährung und so, ja? Aber es ist nicht so krass, ja? Man hat schon ein bisschen Grundmuskulatur, aber es ist nicht so krass, ja? Da sagt man dann auch gut, wenn der halt mal der Proteinbedarf nicht gedeckt ist, na gut, mein Gott, dann ist es halt so, ne? So auf die Art. Dann gibt es noch die Bodybuilder. Die stehen ganz oben in der Pyramide, sind die, die noch ein Stück krasser sind. Die trainieren fünf, sechs Mal die Woche, haben ihren festen Plan, ihr festes Schema, machen richtig hartes Zeug, teilweise auch richtig viel kleine Übungen, die man so gar nicht machen würde, die wirklich nur kleine Schönheiten noch verbessern am Bizeps oder was weiß ich wo, ja? Das heißt, diese Leute, die gehen sehr oft trainieren, die essen sehr, sehr viel. Professionell nehmen auch Steroide, ja? Das heißt, diese Leute, die sind dann da und machen dann, ja, was weiß ich, die brauchen ihre 200, 300 Gramm Eiweiß am Tag, ja? Und wenn das nicht stimmt, dann wird aber was dran gemacht, dass es stimmt. Also die wollen jeden Tag ihren Grundnahrungsbedarf reinkriegen, ja? Die machen dann auch gewisse Schemata, um abzunehmen, um zuzunehmen, ja? Da macht man verschiedene Sachen, ja? So, also da ist man dann schon, sag ich mal, als Bodybuilder, da macht man das schon praktisch als Lifestyle. Also es ist nicht nur mehr ein Lifestyle, es ist das ganze Leben. Man trainiert sechs Mal pro Woche und man macht da eben sehr, sehr, sehr viel für, ja? Das sind so diese Grundtypen, sechs Stück, glaube ich, ja? Ordnet euch dazu erstmal ein, was wollt ihr denn werden, was wollt ihr erreichen, ja? Und welches Image wollt ihr reinfallen, das kann natürlich auch immer abweichen, ja? Auch ein Jogger kann gut auftrainiert sein, vom Prinzip her, ja? Das heißt, müsst ihr euch erstmal so ein bisschen identifizieren damit, was möchtet ihr denn werden, ja? Möchtet ihr ein bisschen fit sein oder möchtet ihr schon richtig krass am Start sein? Also müsst ihr wirklich gucken und könnt dann dementsprechend auch euer Training wählen, ja? Da kann ich dann, kommt das nächste Video, das geht dann darüber, wie solche Leute dann ihr Training wählen, ja? So, ja, wenn es euch gefallen hat, dann Thumbs Up. Ich habe euch im Auge, bleibt fit. Ciao. 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 Ciao.